Die Messe Frankfurt Gruppe hat heute Bilanz gezogen zum Wirtschaftsjahr 2013 mit 543 Millionen Euro Umsatz. In der Gruppe haben wir eine neue Bestmarke erreichen können, auch was das Ergebnis angeht, mit etwa 40 Millionen Euro Vorsteuern sowie gut 30 Millionen Ergebnis können wir weiterhin Sprung nach vorne machen, überplanen und weit über dem Ergebnis des letzten Jahres. Zu unseren Messen kamen 78.000 Aussteller und gut 3,6 Millionen Besucher. Es war also insgesamt ein hervorragendes Jahr für die Messe Frankfurt und ich hoffe auch für all unsere Kunden. 2014 hat natürlich schon längst Schatten vorausgeworfen. Es wird ein gutes Jahr werden. Wir haben eine gute Konjunktur in Deutschland. Wir haben gute Konjunkturen in den Ländern und in den Branchen, in denen wir aktiv sind. Wir gehen also davon aus, dass wir auch 2014 weiter wachsen werden.